Im Nachhinein, muss man sagen, war es, glaube ich, eine sichere Geschichte. Im Vorwege des Spiels muss man immer auf der Hut sein, gegen Landesligisten zu spielen. Nicht selten fliegen auch höherklassige Mannschaften gegen Landesligisten raus. Also mit dem Ergebnis können wir leben. Also wenn wir vorher einer gesagt hätte, wir verlieren nur 4-0 gegen Regionalligisten, wäre ich zufrieden gewesen. Wenn man sieht, wie die Gegentore gefallen sind, da war natürlich eiskalt vor Norderstedt. Da haben wir individuelle Fehler gemacht. Aber ansonsten haben wir im Verbund sehr gut gestanden, sicher gestanden. In der ersten Halbzeit noch ein paar Nadelstiche gesetzt gehabt, um eventuell auch noch ein Türchen zu machen. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Mannschaftsleistung.